Wir sind extra nach Innsbruck gereist, damit wir die neue Hardware von Skidata anschauen können. Es ist heute für uns Premiere, konnten wir heute das erste Mal sehen. Eine sehr interessante Lösung, vor allem auch in Bezug auf die ganzen Bikes, welche immer mehr die Berge besuchen. Und da hat es in den letzten Jahren die Mountainbike-Fahren stark zugenommen. 3. 4. 5. 15. 15. 15